Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen ASMR Video. Heute ist ein Entscheidungsspiel an der Reihe gegen Leipzig. Das müssen wir gewinnen, weil wir stehen in der Liga nicht gut da. Wo sind denn hier die Jobangebote? Keine Trainerstellen verfügbar. Ja, dann gucken wir mal, was wir reißen können. Ihr könnt gerne eure Tipps wieder in die Kommentare schreiben. Spieler sind soweit auch alle fit. Ich werde mal Delaney, ich würde es eigentlich so gerne lassen, wie es ist. Braunschulz für euch. Reus ist immer noch verletzt. Ja, und dann, let's go. Sorry. Das ist ein Heimspiel für uns. Let's go. Let's go. Metzl-Bummels, der mich auch gefragt hat, ja, wie es weitergeht mit der Mannschaft. Und wenn das der Kapitän schon macht, ja, da muss man sich schon langsam Gedanken machen. Iqbal für uns. Ah, und ich habe noch was vergessen. Das Handspiel wollte ich noch einschalten. Was mache ich dann demnächst? Komm mir nicht durch. Angelino. Da unten ist eine Pfütze. Seht ihr die? Aber man merkt schon, so, äh, Leipzig kommt gerade nicht so raus. Da müssen wir draufbleiben. Damit die gar nicht zum Zug kommen. Abseits. Haaland aufwitzeln. Der lupft. Ihn wieder auf Haaland. Der schießt und am Tor vorbei. Ah, ärgerlich. Da hätte der Geber keine Chance gehabt. Aber leider nicht reinbekommen, ja. Die sind ziemlich zögerlich und merkt's. Faul von uns. Haaland hat sich dem Ball zu weit vorgelegt. Achtung. Leipzig sammelt sich. Leipzig kommt durch. Aber Wommels. Wommels, glaube ich, war das nicht. Holt sich den Ball. Aber Leipzig ist wieder am Zug. Davies hat den Ball, aber das wird aus Paul gewertet. Davies ist wieder da und er kann rennen. Komm, let's go unten. Da steht Haaland. Boah, was ist das für ein Pass? Der war richtig schlecht. Der war richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie man den so... Also da hat Davies echt nicht... Den hat er echt nicht gut gemacht. So, weiter geht's. Achtung. Das ist Kampel. Er hat voll ab. Voli, Batera. Aber der geht vorbei. Weit vorbei. So, Davies. Bellingham. Und Haaland. Haaland hat keine Anspielstation. Und... dabei. Da bei... Gelino. So, Achtung, Hichan. Ah, mit klasse Move. Olmo. Aber Babu ist da. Hat den Ball. Was macht der Keeper da von Leipzig? Krass am Hof. Gelino ist das. Olmo. So, aufpassen. Bleibt... Warum bleibt keiner in der Mitte hier? Olmo. Gelino. Hat das Einsteigen von Akanji. Der holt sich die gelbe Karte ab. So, Freistoß. Und Ball wird abgefälscht. Breit ab. So, Olmo ist wieder am Ball. Kampel. Kampel. Mein Gott, Überzahl. Und Hummels bester Mann. Letzte Ecke in dieser Hälfte. Er pfeift nicht ab. Mein Kopf hat gerade richtig gejuckt. Nein. Ich glaube es nicht. Leipzig mit dem Führungstreffer. In der... Der hätte schon längst abpfeifen müssen. Also das geht wirklich auf die Kappel vom Schiri. Das... Das... Nee. So, jetzt muss ich mal im Kopf kratzen. Das ist auch zweite Halbzeit. Wir müssen jetzt kommen. Wenn wir hier noch was reißen wollen. Ich habe das Gefühl, das ist unser letztes Spiel. Wir müssen jetzt verlieren. Wir müssen jetzt verlieren. Haarland. Mit einem schlechten Pass. Ich frage mich, was aus dieser Spritzigkeit der letzten Monate geworden ist. So, kommt Bellingham. Bellingham macht sich bereit. Bellingham macht sich bereit. Und das ist Witzel. Der hat jetzt den Ball. Rüber. Sancho auf Haarland. Haarland findet niemanden. Witzel sieht unten. Guero. Oh. Oh. Aber schon mal ein nicer Spielzug gewesen. Warte. Imre Can kann den Ball nicht behaupten. So. Witzel. Rüber auf Sancho. Der wartet. Der wartet. So. Stecktur. Aber bald kam nicht an. Orban. So. Das ist Kämpfergeist. Jetzt kommt Leute. Haarland. Witzel. Okay, Can. Ich kann den Ball wieder nicht behaupten. Jetzt kommt Leute. Das gefällt mir wie sie gerade die Bälle. Ja. Oh. Bellingham macht das Ding. Schöner Treffer. Endlich. Oh. 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 Ich glaube das ist der Befreiungsschlag. Das. Das haben wir gebraucht. Direkt abgezogen und nicht hier lang rum. Das hat uns gefehlt. Schön rein. So. Und jetzt. Jetzt holen wir uns das Spiel. So. 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 Macht das so wie vorher. Holt euch die Bälle. Leipziger fliegen nur noch. Und Imritschan hat den Ball. Der sieht Haaland und Haaland. Und Sancho. Die Parade von Gulaschi. Der wäre sehr gut gekommen. Ja, aber Gulaschi noch dran. Und wenn aus dieser Ecke hier ein Konto entsteht, haltet sie zurück. Und Delaney hat den Ball. Und, oh, schön Guerro mit dem Tor. 2 zu 1 für Dortmund. Und, ich glaube, der ist sogar gerade eingewechselt worden. Da haben wir gerade reingemacht. Ja, top. Also, wir müssen mehr direkt abnehmen. Nicht lang rummachen, sondern direkt. Mehr direktes Spiel. So, Leipzig muss jetzt kommen. So, Guerro. Da wäre oben jemand freigestanden. Der wäre top gekommen. So, aufpassen. Aufpassen. Oh, und da fangen wir uns. Den Gegentreffer. Ja, der steht. Der steht so frei. Da muss jemand dastehen. Das ist ganz klar. Aber wir haben... Wir haben jetzt den Teamgeist. Leute. Adorat. Aufpassen, Leute. Aufpassen, Leute. Nicht nachlassen. Davies. Guerro. Delaney. Ah, kommt, kommt. Ja. Das ist Guerro. Der sieht Haaland. Haaland in der Drehung. In der Drehung. Hat den richtigen Spieler schon im Blick gehabt. Und jetzt pfeift ab. Nicht so wie vorher. Das heißt... Verlängerung. Verlängerung für... Brand. Das ist Sancho. Das ist Babu. Babu. Tau. So. Haaland. Steck durch. Aufgehöre. Und... Mach das Ding fast. Achtung. Pausen. Fehlpass. Aber Babu ist da. So, Leute. Wir können uns formieren. Brand. Auf Tau. Und da steht jemand im Weg. Konter. Aber der kommt nicht an. Komm, unsere Fans. Die stehen hinter uns. Drücken wir die Daumen. So, Delaney ist das. Der läuft erstmal durch. Tau. Der schlägt durch. Delaney. Und... Kulashi. Mit der Parade des Spiels. Fängt ihn aus der Luft. Achtung. Pausen. Links rüber. Aber Ball kommt wieder nicht an. Kommt, Leute. Das müssen wir uns jetzt holen. Ball kommt nicht an. Da klopft wieder jemand. Er lässt wieder weiterspielen. So, zweite Hälfte der Verlängerung. Daheim. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ulmo. Auf Orban. Angelino. Etara. Sonat. Ach du. Was da passiert? Die Leni holt sich den Ball. Aber gefährliches Einsteigen und es gibt Freistoß für Leipzig. Der wird direkt reingespielt. Sancho auf Haaland. Haaland steckt doch offenbar vor. Der sieht Brand. Und das war abseits. Das war abseits. Und der zwölfte Minute. Paulsen. Und der Kanji hat den Ball. So, die Leni sieht Haaland. Haaland. Nö, Brand ist das. Aber jetzt Haaland. 3 zu 2. Kein Abseits. Das ist das Ding. Das ist das Weiterkommen. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Schönes Ding. Die auch direkt abgenommen. Jedes Tor direkt abgenommen. Und keine Chance. So, und jetzt müssen wir das Ding behalten. Und nicht so wie in den letzten Spielen immer. Olmo. Leipzig will nochmal. Die müssen auch nochmal. Achtung. Kanji. So. René. Der sieht Haaland. Und Haaland. Oh, an dem Pfosten. An dem Pfosten. Und das war's. Das war's. Hätte noch ein 4 zu 2 geben können. Aber. Ich sag mal. Alles in allen. Ein verdienter Sieg. Super. So muss das sein. Und jetzt sind wir im Finale gegen Hoffenheim. Also wie ein Kommentator letztens sagte hier. Gegen die Plastikmannschaften. Oder Plastikgartenmannschaften. Hoffenheim und Leipzig. Ja, Wolfsburg gehört eigentlich auch dazu, glaube ich. Können wir ja nochmal berichtigen. Aber gegen Hoffenheim ist das Finale. Und wir müssen jetzt mal gucken. Wir sind jetzt noch da. Die Tabelle sieht jetzt so aus. Wir haben noch 4 Spiele zu spielen. Wir haben 50 Punkte. Und wir müssen gegen Leverkusen. Also wir können Platz 4 nur noch in der Theorie erreichen. Wir müssen jetzt aber jedes Spiel gewinnen. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Das Wahrscheinlichere ist, dass wir Platz 5 noch für uns entscheiden. Aber ich glaube, Platz 5 ist nicht mehr die Champions League. Schade. Ja. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Mitgefiebert habt. Ja. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschau. Tschau.